Die Meiner bricht weg. Oh fuck, Waffe ausgefallen. Ja, der ist vorhin noch gekriegt. Was lachst du so doof? Ja, nichts. Das ist anders, als ob du brennen würdest und dann Waffe ausgefallen. Ja, aber der hängt sich jetzt gleich wieder an die Seite. Oh, ich habe auch einen dranhängen. Scheiße. Noch einen. Was ist denn das hier heute? Wie hoch seid ihr? Back. Tief. Ja, der hängt dann natürlich direkt an meinem Arsch hier. Genau, vorhin spielen. Nein. Wir haben uns hier aber auch wieder dämlich reingeschüttet. Ach Gott. Also hier Scheren kann am Fliegen. Ja, ja, ist ja gut, Alter. Beruhig dich. Ich will ja schon landen. Scheiße, die hier. Wie kann man denn hier so schnell Energie abbauen? Pass auf, hinter dir ist noch eine Karreie. Pass auf, jetzt dich. Ja, der rammt sichtlich rein in mich. Noch ein SPT. Sag mal, ich habe hier ein ganzer, ganzer rote Team hier an mir dran. Und keiner hier, der mir helfen könnte. Danke, Fennig. Ja, wirklich. Ach, ich bin wieder eigentlich mehr. Eine 109 ist gerade mit Karrech. Ja, ich bin gerade durch. Ich fange auf, ich fange auf. Vorsicht, die mit dem Kackstreifen ist auch noch hier. Ich bin dran. Treffer, glaube ich. Vorsicht, die Ketztest noch immer irgendwie mit dem Kackstreifen dran. Ja, schießt, ich sehe es. Treffer auf die eine Speed. Klar, danke. Oh, du hast Wasser, oder? Alles abgesprungen. Oh, scheiße, scheiße, ich habe einen dran. Ja, du hast einen dran. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ich komme dazu. Was war es wohl für ihn? Ich habe einen dran. Ja, ich komme dazu. Ich versuche mich dran zu hängen. Ja, bleib einfach defensiv, ich bin gleich da. Okay, sehr schön. Okay, ich hänge mich dahinter. Dreifach, Pilekill. Oh, der Brenn ist scheiße. Aber er ist auch tot. Ja, ich bin auch tot. Herausragend. Von 5000 Meter kommen wir da runtergestützt im Frenchpoint. Und zwei Minuten später haben wir alle sechs. So eine scheiße, ey. Das war sowas von Anfänger-mäßig. Ich glaube, das bist du wie an Deck. Andrückend. Innalisa. Ja, ja. Kannst du 180 Grad drehen? Ich bin hinter euch. Komm aber nicht so schnell ran. Das war doch aber am Boden. Irgendwann eine E4B. Start jetzt nochmal. Start jetzt auch nochmal. Ja, komm. Der entgegen. Kett's. Kuh verrum, bitte. Ah, ich kann nicht. Oh, der hängt halt direkt. Oh, fuck. Das ist jetzt aber nicht gut hier. Ah, ich bin dort. Ich hab sowieso gebrannt, glaube ich. Eigentlich hatte ich ganz schön mit den Kurven. Das macht mittlerweile ein bisschen Bock. Bei FH mittlerweile durch. Fucking cross. Komm, ich schmeiße. Hm? Denkst du dich auch gleich noch ran? Jetzt, oder? Was? Wir starten jetzt mal direkt hin und hin. Ah ja, hier hast du helfen. Du startest mit hin? Komm, ja. Mutter läuft. Boah, der hängt halt am Prob hier. Hey, what the fuck. Wer geht hinauf? Ich hab einen am Arsch. Ja. Das sieht nicht gut aus. Du fließt noch? Ja. Ja, ja. Ich hab doch versucht, Kett zu helfen. Das ist halt in deiner tiefen Sektion. Bitte. Er versucht, mir in mich reinzustellen, glaube ich. Na ja, er fliegt erst mal tief hinter dir her. Ja, ja. Aber ich komme ihm, glaube ich, nicht davon, weil ich hab schon zu viele Einschusslöcher. Ja, das ist kacke. Das rückt sich sofort aus. Oh, ja. Flak hat er jetzt. Hier ist auch nirgendwo Flak. Hier ist nirgendwo Flak. Kann ich den irgendwo hinziehen, aber wir sind alle nicht am Luft. Wir kommen auch zu einem mehr als leider gerade. Das ist die Art. Wir brauchen die Quelle. Was ist das mit den Tri-Fields? Bei den Ketten. Ich bin gerade im Maki-Best. Ja. Die Kühler gehen gleich halb zu. Halb zu? Die Kühler sind halb zu. Ich bin ja der Rolf jetzt über dem Fuß. Ja, ja. Ich bin jetzt. Aber machst du den Wasserkühler halb zu? Mhm. Ja. Klar. Viel höher als ich jetzt steige sowieso nicht wahrscheinlich. Kontakt direkt zwölf Uhr. Wenn du bei mir dran bist. Bist du, ne? Ja, auf den 5. Aber ich bin hier. Das wird nicht gut gehen hier. Ah, da vorne hinter der Wolke war der bei mir gerade. Ich konnte es nicht sehen. Buchkontakt in länger Formation. Ja, klar. Ich habe dich vor. Das ist die neue, äh... Maaan. Hier ist niemand mehr von euch, oder? Der Steiger halt. Der kam ja von Maxi-Best, gell? Ja. Buchkontmarschie hier. Jetzt kommt es vor Wissant. In meinen Drive-Fields noch immer. Im Luftkampf, also im Skiern-Kampf hier mit dem... Flachke, Helsing-Steiger, du bist die Rettung. Ach nie, da ist es auf den Flügel gegeben. 109. Ich habe ihn gerade auf den Flügel gegeben. Ich glaube, ich bin jetzt in einer ganz guten Position. Ja, er ist drin. Wow. Sehr schön. Aber jetzt wirst du erst mal landen gehen, oder? Ja. Ich bin hier in keiner... ...kampffegen von der Position mehr. Ich bin mehr noch als ein Fahrzeug.